servus leute endlich wieder zurück mit einem neuen video für euch das hat jetzt leider ein bisschen länger gedauert ich war berufsbedingt im ausland und musste dort einige sachen regeln versuche natürlich jetzt wieder häufiger hochzuladen um den kanal wieder ein bisschen up to date zu bekommen ich habe auch im hintergrund noch einige verschiedene projekte am laufen die noch nicht ganz fertig sind aber mit denen komme ich auf jeden fall bald um die hecke sage ich mal heute machen wir ein bisschen ein anderes video ich habe von gearbest freundlicherweise einen laser zugesandt bekommen das ist ein gravierlaser mit dem kann man aber auch dünnere materialien schneiden ich denke das ist für unsere unsere projekte sehr sinnvoll oder sehr sehr gut zu haben wir werden das jetzt einfach mal ausprobieren ich mache jetzt das paket einfach mal auf und dann schauen wir was da alles da drinnen ist und wie gesagt ich denke den können wir eventuell alle gut benötigen um verschiedene sachen zu beschriften oder eben auch ich habe gelesen mit dem kann man auch platinen lasern da habe ich mich aber noch nicht näher informiert also wie gesagt wir werden heute einfach mal auf leder auf so eine platte ich habe da mal ein projekt gemacht mit einem glaubt multi multi touch sensor oder so habe ich das video genannt da werden wir einfach mal probieren das zu beschriften oder eben ich habe hier ich weiß nicht ob man das sehen kann hier habe ich einen aufkleber drauf geklebt dass das quasi der touch sensor war das werden wir einfach mal probieren ob man das reinläsern können in der box haben wir erst mal die bedingungsanleitung wie meistens dann eine schutzbrille und die verschiedenen teile ich kipp das jetzt mal einfach so wenn man das so sehen kann das ist sehr gut verpackt mit schaumstoff an den seiten also da ist nichts beschädigt ich denke mal das paket ist aus kino gekommen das glaube ich ist der laser genau das ist das laser modul ich poste euch auf jeden fall noch ein paar fotos rein den zusammenbau denke ich mal werde ich nicht filmen da das glaube ich jetzt nicht so spektakulär sein wird wir haben im endeffekt hier zwei achsen genau das ist die zweite achse ich packe das jetzt gleich noch gut aus dann haben wir ein usb kabel verschiedene schrauben kabelbinder einen stift und zu holzplättchen wahrscheinlich zum testen und ein netzteil das denke ich war jetzt alles jetzt entferne ich hier einfach mal noch die folie wir haben hier eine achse das ist denke ich das die hauptachse genau von o tour ist dieser laser ich glaube das ist der 15 watt laser ich schaue jetzt mal ja genau 15 watt laser ist das wie gesagt den gibt es auf gearbest ich baue jetzt einfach die ganze angelegenheit jetzt einfach mal zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder so jetzt haben wir das gerät zusammengebaut wie vorher schon gesagt das ist recht einfach ihr müsst einfach nur hier die lasereinheit mit zwei schrauben das sind zwei kreuzschritt schrauben an diese eine schiene befestigen und dann befestigt ihr diese kleinere schiene sage ich jetzt mal an das hauptmodul mit vier muttern und verbindet hier das kabel mit dem hauptmodul und hier den motor das ist sehr gut beschrieben in der bedienungsanleitung das sind glaube ich vier oder fünf seiten also das kann eigentlich jeder ohne probleme lösen das ist überhaupt nicht nicht aufwendig das wie gesagt das sind glaube ich sechs schrauben ja es sind sechs schrauben zwei stecker und dann ist das gerät fertig zusammengebaut danach müsst ihr euch die laser grbl software runterladen da poste ich euch natürlich in die video beschreibung den link ich zeige euch das mal hier am computer kurz also wie gesagt ihr lädt euch hier einfach die laser master datei runter wenn ihr diese runtergeladen habt dann könnt ihr das programm öffnen das machen wir jetzt mal kurz genau laser grbl dann öffnet sich das programm das machen wir jetzt mal groß und ihr seht hier unten verschiedene buttons die nennt sich custom buttons die kann man auch selber einstellen eine voreingestellte version gibt es hier ich zeige euch das kurze klickt einfach hier also bei euch sind bei der neuen installation sind hier drei buttons dann macht ihr hier rechtsklick das muss ich hier machen und geht auf import custom buttons dann klickt ihr hier rauf und dann geht ihr zu dem ordner an dem ihr die laser grbl software installiert habt geht rein laser master dann hier auf 2.1 laser grbl und dann habt ihr hier schon die custom buttons da geht ihr einfach öffnen rauf und dann müsst ihr glaube ich sechs oder sieben mal auf ja klicken dann habt ihr unten in der leiste die ganzen verschiedenen buttons die sind sehr nützlich da ihr hier eben die fläche abfahren könnt wie groß der der laserbereich ist und so weiter das könnt ihr einfach ausprobieren hier könnt ihr zum beispiel einen leichten laserstrahl einschalten um festzustellen ob ihr den laser gut fokussiert habt genau ich zeige euch das jetzt einfach mal kurz anhand einer test datei ihr habt ja hier vier holzblättchen mitbekommen und ein kleines acrylstück da könnt ihr zumindest schon mal anfangen und etwas ausprobieren als erstes sollten wir jetzt mal den laser unter strom setzen ihr habt hier auf der rückseite einen usb anschluss ein netzteil anschluss und zwei buttons der äußere button also der äußere schalter ist der ein und aus knopf und der der neben dem neben dem ein und aus knopf ist der reset knopf den brauchen wir jetzt aber nicht wir schließen das jetzt einfach mal kurz ans strom an strom an hier rein hier rein und dann schalten wir den mal ein einfach kurz auf dem knopf den ein und aus knopf und dann verbinden wir das gerät jetzt auch noch mit unserem computer einfach usb kabel rein auf der anderen seite die neueren windows pcs sollten wir den komport dann automatisch erkennen und somit zeigt das dann auch in der in der laser software an bei mir ist das jetzt der kom 4 dann müsst ihr hier die bautrate noch so hoch wie es geht also auf 921 1600 einstellen und dann können wir hier schon auf connect gehen dann sehen wir schon der laser ist ready jetzt platzieren wir einfach mal ein plättchen sage ich schon wieder plätzchen plättchen holz unter dem laser der startpunkt ist ungefähr bei der kante also hier vorne ist ja das ortur logo und ungefähr dort ist der startpunkt ihr könnt aber hier einfach mal den auf diesen knopf den laser einschalten der brennt dann nicht also das ist im endeffekt nur ein kleiner punkt dann haben wir hier unseren startpunkt legen wir einfach das plättchen hin das sieht man jetzt schlecht aber wie gesagt das ist eigentlich selbst erklären wenn ihr hier drauf drückt dann ist eine kleine diode die zeigt euch dann wo der nullpunkt ist können wir wieder ausschalten und jetzt lade ich hier einfach mal eine datei rein ich mache jetzt mal diese oder machen wir diese das ist im endeffekt mein youtube logo dann hier in dem raster bild und wenn die einstellung könnte für sie verschiedene sachen einstellen ich habe jetzt hier auch noch nicht so großartig rund probiert bei bildern sieht das ganze ein bisschen anders aus aber ich stelle das jetzt einfach mal so ein wie ich denke da bekommen wir die besten ergebnisse vorerst wie gesagt ich muss auch noch ein bisschen rund probieren ich zeige euch nur die grundschritte und die grundeinstellungen ihr könnt hier die größen anpassung machen ich habe das immer auf sanft dann könnt ihr die helligkeit das brauchen wir jetzt in diesem fall nicht weil das im endeffekt ein schwarzer schwarze gravur wird dann habe ich hier ein bit bw unruhe und hier unten auf qualität könnt ihr einstellen wie hoch die bildauflösung ist sprich wie viel linien er auf einem millimeter macht ich mache das jetzt mal mit 15 das geht bis maximal 20 hoch aber das brauchen wir jetzt in dem fall nicht ich mache das jetzt einfach mal mit 15 und dann gehen wir hier könnt ihr natürlich noch das bild drehen hier könnt ihr es spiegeln also da könnt ihr noch einige einstellungen machen da könnt ihr es zuschneiden aber das solltet ihr eigentlich schon in eurer bild software machen ich habe festgestellt dass eine pmg datei am besten funktioniert ich dachte erst ich könnte vector daten direkt reinladen aber es funktioniert jetzt nicht dann gehen wir hier weiter und das ist jetzt im endeffekt das entscheidende ob ihr eine gute ob ihr eine gute gravur bekommt oder nicht da gibt es im internet glaube ich auch schon einige erfahrungswerte wie gesagt ich habe erst ein kleines holzstück gelasert deswegen kann ich da noch nicht so viel dazu sagen aber ich habe jetzt hier den smax das ist im endeffekt die power des lasers auf 1000 gesetzt das ist die maximalstufe und bei speed habe ich jetzt auf 500 da mache ich mal auf 600 weil das ein recht weiches holz ist das ist aber wie gesagt vom material zum material unterschiedlich je nachdem was ihr lasert müsst ihr wahrscheinlich erstmal ein bisschen testen also ihr könnt jetzt nicht einfach irgendwas darunter legen und hoffen das funktioniert dann schon weil das ja wie gesagt das material ist immer unterschiedlich und dann muss man erstmal einen kleinen test fahren wie gesagt ich fahre hier auf 600 mm in der minute hier auf 1000 und hier könnt ihr noch die größe einstellen ich habe das plättchen mal ausgemessen das hat 9 cm auf 5,5 somit sollte das eigentlich gut passen ich mache das jetzt mal 80 mal knappe 20 mm und erzeuge hier einfach mal den raster dann dauert es einen kurzen moment dann lädt das hier in das system rein dann gehen wir hier nochmal kurz auf den laser und finden wieder den nullpunkt schalten den aus und dann habt ihr hier diese map sieht aus wie maps und da klickt ihr auch kurz drauf und dann seht ihr schon den bereich in dem er lasert dann könnt ihr das holzstück noch ein bisschen verändern genau hier könnt ihr dann noch die position definieren aber das brauchen wir jetzt in diesem fall nicht und hier oben könnt ihr dann hier auf start klicken dann fängt der laser zu lasern an vorher aber unbedingt die schutzbrille aufsetzen weil der laser für das menschliche auch sehr gefährlich ist und ihr dann im endeffekt verblitzt werdet aber noch was anderes ihr könnt hier den die durchläufe einstellen wenn ihr desto mehr durchläufe ihr macht desto tiefer oder desto mehr lasert der laser in das materialline ich mache jetzt hier einfach mal einen durchgang und starte den laser vorher wie gesagt schutzbrille aussetzen und dann klicken wir auf start und schon fängt der laser an das logo rein zu gravieren ich schaue jetzt mal ob ich die kamera ein bisschen hier herstellen kann dass man das besser sieht so wir haben jetzt die erste gravur fertig ich bin ich poste euch natürlich das bild auch noch extra hier rein dass ihr das genauer sehen könnt das ist recht gut geworden ich hatte den laser wohl zu stark eingestellt also ich glaube ich hatte den auf 1000 wie gesagt das muss man ausprobieren da das einfach erfahrungswerte sind und von jedem material unterschiedlich eingestellt werden muss oder bei jedem material unterschiedlich eingestellt werden muss da muss ich jetzt selber erst ausprobieren und das wird auch zum beispiel ich habe hier ein leder gemacht das poste ich euch auch natürlich extra rein da ist jedes leder ist zum beispiel unterschiedlich das kann man jetzt auch nicht so standardmäßig quasi für leder brauche ich jetzt s 600 und eine schrittgeschwindigkeit von 1000 oder so das kann man nicht pauschalisieren wir werden jetzt noch verschiedene materialien machen wie gesagt ich habe hier das mitgelieferte holzstück gelasert einmal mein logo und einmal noch ein bild das bild ist sehr cool geworden hatte ich den laser auch ein bisschen zu stark eingestellt also wie gesagt ich würde euch raten am anfang mit einer kleineren einstellung zu beginnen und dann wenn wenn nicht zu stark graviert wurde einfach das ein bisschen hoch drehen ich habe hier auch das war ein bisschen stärkeres leder das ist sehr gut geworden zum vergleich dieses stück da poste ich euch auch die die dem vergleich rein dieses stück habe ich gebrannt mit dem brenneisen und wie gesagt diese logos habe ich hier mit dem laser gemacht mit dem ortolaser das ist schon sehr gut also wie gesagt der der brennstempel der kostet auch einige hundert euro und ist immer ein bisschen stressig das richtig zu machen und hier mit dem laser wird der mir auf jeden fall einiges an arbeit abnehmen also zum leder lasern ist das sehr gut ich habe auch hier noch andere das sind weichere leder zum beispiel ein das sieht man wahrscheinlich ganz schlecht ein schwarzes leder oder ein ganz dunkelbraunes leder sogar da sieht man das logo und dann zeige ich euch jetzt was mir noch alles machen ich versuche hier mal styropor eine leiter platine ich habe hier ein altes ladegerät da habe ich im internet gelesen man kann hier auch die sofern das blanco ist kann man quasi die leiterbahnen raus lasern da bin ich gespannt wie das funktioniert keine ahnung ob das dann wirklich hundertprozentig im einsatz kommt dann versuche ich hier einen kleinen sonoff schalter zu beschriften einfach in das plastik rein das glaube ich ist auch ganz cool einfach mal um das auszutesten und dann habe ich hier noch ein anderes holzstück das probieren wir einfach aus wie gesagt das ist echt jedes material hat seine eigenheiten ich habe jetzt auch den laser gedreht dass ihr ein bisschen mehr sehen könnt und dann probieren wir jetzt einfach mal als erstes würde ich sagen das styropor und schauen wir ob man da das ist knappen ja das sind ungefähr acht millimeter dick schauen wir mal ob wir das durchschneiden können ich habe hier schon eine datei vorbereitet die laden wir jetzt kurz rein das war der kreis nehmen einfach den kreis und bei den vector dateien würde ich mal sagen dass das jetzt bei dem kreis könnt ihr hier auch die centerlinie nehmen und dann gehen wir hier haben wir das raus und machen wir das raus dann gehen wir weiter würde ich jetzt die geschwindigkeit auf 1000 lassen und zum durchschneiden nehme ich jetzt auch einfach mal 1000 um das zu testen und dann haben wir hier eine größe da habe ich 14 mm das sind ja das lassen wir jetzt einfach mal so machen wir 14 mm und dann schauen wir wie das funktioniert hat jetzt dann einen austritt jetzt können wir hier da unten habt ihr ja die custom buttons angelegt ganz cool ist ihr könnt den laser hier einfach verschieben an die position wie ihr ihn haben wollt und dann klickt ihr aber hier auf nullpunkt dann setzt er quasi ab hier den nullpunkt dann macht ihr das lichtlein an und dann müssen wir hier das habe ich glaube ich am anfang gesagt dass wir hier noch den focus einstellen also unten am rädchen einfach mal ein bisschen drehen bis ihr im endeffekt die den kleinsten punkt bekommt nur so ist der laser dann fokussiert genau so lassen wir es jetzt mal und dann schalten das wieder aus und fahren hier einfach mal die fläche ab genau und jetzt probieren wir mal ob der da durchschneidet wie gesagt vorher immer die brille aufsetzen und dann gehen wir hier einfach mal gas ja das sehen wir schon ich habe jetzt den focus schlecht gesetzt der hat überhaupt nichts geschnitten machen wir es nochmal neu das könnte natürlich auch sein dass jetzt das ist ein bisschen schwierig aber zum drehen hier also wie gesagt ihr müsst hier schauen dass ihr den den punkt so klein wie möglich hinbekommt ja das schaut jetzt schon besser aus jetzt schauen wir mal wieder brille auf da geht gar nichts ich weiß nicht wo da jetzt der fehler liegt probieren wir es mal hier am holz da geht es einmal frei also das liegt wahrscheinlich an dem an der höhe des materials jetzt gehen wir mal hier laden wir die neue datei rein und probieren wir das mal auf anderen auf einer anderen art und weise füllung keine machen wir das jetzt einfach mal so da haben wir wieder die 13 dann die schwindigkeit lassen wir auch so und dann schauen wir mal wie groß die ok passt so die brille auf ja mit dem styropor hat er anscheinend probleme da funktioniert überhaupt nichts jetzt machen wir einfach mal nur den test wenn ich das holz auf diese höhe verziere ob er dann schneidet da geht es einmal frei also wie gesagt mit dem styropor hat er anscheinend probleme ich weiß jetzt auch nicht warum beim holz beim holz wie ihr sehen könnt das ist ohne probleme weiß nicht kann man das sehen das ist immer blöd weil meine die kamera keine autofokussierung hat aber beim holz funktioniert es auf jeden fall ohne probleme jetzt würde ich sagen probieren wir einfach mal den sonoff aus ich habe hier hinten schon etwas drauf geschieben weil der defekt ist das machen wir jetzt einfach mal hinten nur als Test da haben wir jetzt auch wieder das ähm das Ding dass wir natürlich den die laserquelle so einstellen müssen weil das jetzt ziemlich weit oben ist zur Not könnt ihr natürlich auch den ähm das müsste eigentlich so gehen den ähm den laser an sich höher stellen falls ihr wirklich so hohe bauteile lasern wollt dann stellt ihr einfach den laser ein bisschen höher jetzt probieren wir halt auch mal den kreis aus drücken wir jetzt einfach mal ein bisschen drüber das kann natürlich jetzt sein weil ich hier ähm mit 1000 also mit der power von 1000 reingehe dass der jetzt durch schmilzt aber der ist eh schon defekt also das probieren wir jetzt einfach mal der hat jetzt im endeffekt nur angekratzt ähm anscheinend ist die fläche zu ähm zu glänzend jetzt probieren jetzt probieren wir das mal auf dieser Seite aus also wie gesagt die Funktion ist ganz cool wenn ihr die Schlitten verschiebt und dann den Nullpunkt neu setzt ähm das finde ich eigentlich ganz cool ähm falls ihr sperrige bauteile habt die hier nicht weil normalerweise ist hier der Nullpunkt dann könnt ihr das einfach verschieben ähm so jetzt probieren wir das hier mal einfach ok ja das Plastik von dem von dem Sonoff äh funktioniert mit der Einstellung jetzt auf jeden Fall nicht jetzt gehen wir hier einfach mal von der Geschwindigkeit ein bisschen runter dann sollte das normalerweise funktionieren das lasst man alles so und dann gehen wir jetzt hier einfach mal auf 500 hier bei S lassen wir wieder 1000 und dann probieren wir das mal so aus ok Brille auf und ab geht's ja ja da geht schon wesentlich mehr also wie gesagt ihr müsst da echt ausprobieren ähm ich habe jetzt so ein Plastik oder so ein Kunststoff auch noch nicht gelasert aber hier haben wir jetzt auf jeden Fall reingeschnitten nicht tief aber ich denke wenn ich da 3-4 mal rundum geht ähm dann kann man das eventuell sogar durchschneiden aber wie gesagt das muss man echt selber ausprobieren ähm da das einfach ähm von Material zu Material unterschiedlich ist jetzt würde ich sagen machen wir das PCB noch ähm ähm dann lasern wir jetzt einfach mal einen Strich rein ähm da ist das auf jeden Fall von Vorteil wenn wir den Nullpunkt setzen können ich öffne jetzt hier einfach mal die Linie die habe ich angelegt also ich mache das immer im Illustrator und denke das ist am besten wenn ihr hier eine Grafiksoftware habt um eben verschiedene Dateien oder Grafiken anzulegen so jetzt machen wir das hier wieder genauso das ist quasi ein Vektor die Größe haben wir hier gemacht äh 1 cm auf 2 mm und jetzt schauen wir mal wo hier der Nullpunkt ist der ist hier das wackelt jetzt ein bisschen aber das sollte eigentlich kein Problem sein weil das wird ja nicht berührt und dann schauen wir wo der entlang das passt jetzt habe ich hier auch ähm das habe ich hier eingestellt gehabt ich glaube 500 in Speed und ähm 1000 in der Stärke das probieren wir jetzt einfach mal und dann schauen wir was passiert na ok also das wird auf jeden Fall frei ähm sag ich mal die Lackierung die Frage ist nur ähm ob das komplett durch geht aber wie gesagt da sind mit Sicherheit das Video würde jetzt zu lange dauern wenn ich die ganzen ähm Sachen zu 1000% testen würde ähm und ehrlich gesagt habe ich jetzt ähm noch nicht so viel gelasert dass ich da komplett ähm professionelle ähm Einstellungen abgeben kann sag ich mal ich kann nur sagen dass der ähm Laser echt sehr stabil ist er ist super schnell ähm ich habe jetzt schon eins Spaß dran obwohl ich ihn ähm sag ich mal maximal eine Stunde im Einsatz habe also wenn ihr Bock sein auf so ein Teil habt geht äh zu Gearbest kauft es euch ähm ich poste euch den Link natürlich unten in der Videobeschreibung rein ich finde das echt ein super Teil ähm ich denke da kann man noch einiges an Spaß damit haben und wenn man das mal 1000% unter Kontrolle hat ähm ja dann können hier super Dinge entstehen ähm ich hoffe das Video hat euch gefallen ähm das war jetzt kein Smart Home Video beim nächsten Mal werde ich euch wieder eine kleine Programmierung zeigen wie gesagt ich habe noch einige ähm Projekte im Petto ähm ich hoffe ihr seid alle oder ihr bleibt alle gesund ähm zur Zeit ist es ja nicht wirklich so einfach aber bleibt einfach gesund schaut auf euch bleibt zuhause schaut Youtube und ähm dann sehen wir uns einfach zum nächsten Mal haut da rein Servus